auf geht's das aber gleich gut weggeflext sehr gut ja manchmal manchmal aber nur manchmal haben zombies ein bisschen haue gern oh nein da ist ja der dicke dahinten ich gehe mal auf waffe um auf pistole ich schalte auch gleich auf waffe um hier gibt es so einen kasten ich schmeiß da mal eine dynamik stange hoch so jetzt ist ruhe ist munition drin schön das hole ich mir und da hinten heißt der kasten hat ich dir willst du brauchst du noch was oder bist du voll markiere ruhig mal hier gibt es noch mehr munition jetzt mich bescheuert ist hier den kasten nicht hallo kasten ich markiere den noch mal jetzt sehe ich klar können leider nicht mehr tragen wie schön es leuchtet sehr schön oh nein hunde oh ja da gibt es noch mehr hunde da drüben sind noch mehr und grüß noch einer da hinten und put 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 so jetzt ist er weg ah sehr schön ja der kann manchmal ganz schön nervig sein ja gerade wenn sie einen dann anspringen das ist ja richtig übel ja diese anspringsequenz ist auch so übel das ist immer man lädt nach oder so und dann springt die einen an dann schießt man aber dann sind sie gerade wieder im Sprung und dann verfehlen genau also sie ist verfehlen das ist echt übel das stimmt oh hier ist auch noch ein kasten sehr gut boah habe ich so eine blöde Spritze gekriegt die jahre ich mir gerade oh ich wurde erschossen oh oh ich auch ich wollte gerade weglaufen aber keine Chance